Wir fordern, wir fordern, Tiere dürfen nicht länger sexuellen Brauchwerden. Wir fordern, ein neues Tierschutzgesetz. Aber ganz klar, Tiere dürfen nicht länger sexuellen Brauchwerden. Wir fordern, ein neues Tierschutzgesetz. Wir fordern, Tiere dürfen nicht länger zum Opfer fallen. Wir fordern, geben den Tieren ihre Würde zurück. Wir fordern, sexuellen Tieren darf nicht länger legal sein. Dafür denken wir! Wir sind hier, wir sind laut! Weil man den Tieren die Würde kommt! Wir fordern, wir sind hier, wir sind laut! Weil man den Tieren die Würde kommt! Das ist auch eine Information, was wir eigentlich sehen. Haben Sie die Würde? Nein, das ist die Würde! Okay. Oh, das war jetzt richtig, ne? Oh, das ist richtig! Oh, da!